Ich habe meinen Pulver schon total verschossen, ich habe eigentlich gar nichts mehr und habe auch eine Mühe genommen, deswegen, man müsste dann auf alles zurückgreifen, das will ich natürlich auch nicht, ich kann es auch immer wieder aufgießen, das ist natürlich dann auch schön warm, aber es soll ja auch manchmal richtig prädigend sein, es soll aber glauben zu sein, also muss man sich imaginär vorstellen, ich zeichne Linien oder ich spiele ein Instrument, das kann man ganz einfach so nachvollziehen, was ich mit der Hände mache. So, das Bild ist fertig, aber ich habe noch was anderes Musik, dabei ich komponiere das dann mit den Dänksen. Ah, Mensch, wenn es nur eins ist, dass ihr was verspürt, jetzt sage ich nichts, ich sage nicht, ich spreche die Arme. Deine Gabel, ich komme, egal, sehr genau. Die Hände sind, die Tifus, die Schmerzen, sind immer die Gedanken, die um etwas kranker, was am Leben ziehen, erfüllt, was still für die Bericht, aber dann ist das ein Bass. Das war's. und da kann ich mit! Ich muss ja nicht! Ich bin mit sich und bin mit sich damit, aber dann bin ich ganz im Gericht! Ich bin ein bisschen hier, ich bin ein bisschen... und... und wenn ich da wieder die Zeit verbar bin, ich kann es nicht... aus... und das geht... und das geht nie! Ja... Ja... an... 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wir haben zwei Dinge, die wir gehen. Eines verleihen wir immer. Unser eigenes Nicht. Und von dieser Zeit, von diesem Anfang ist eine lange Strecke. Und jeder Moment, jeder Moment im Jetzt ist das Erfüllsein. Das Urschwerden ist wert. Weil im Moment leben wir. Nicht vorne, nicht hinten. Im Moment entsteht auch der Prozess der Kreativität. Es kann sein, dass alles zu spät ist. Aber eines nicht, dass wir uns drüber freuen können. Und je mehr und nicht ganz freuen, so besser ist, dass die Frau Goethe hat es schon gesagt. Und Faust sehen meistens auch. Und wenn ich dieses als Glücksmoment, dann hat es der Faust verbockt. Der sagt nämlich, wenn ich diesen Moment gefunden habe, dann habe ich mich im Teufel, dann hat der Teufel gesiebt. Aber das wollen wir nicht. Also der Moment ist für uns der Moment des Glücks. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.